hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video ich zeige euch jetzt mal ich bin jetzt mal richtig da ans Meer herangegangen und habe jetzt auch mal selber zu kurz die Wurse angezogen stets hier mit meinen nackten Füßen quasi am Wellengang des Meeres hier, des Mittelmeeres das Meer sagt, komm rein, ich bin geschwinde dann habe ich jetzt keine Badehose an ich habe mich aber Bock darauf rein zu kommen hier hier so Untertitelung des ZDF, 2020 mit der auch mal seht, dass ich auch ziemlich da jetzt am Meer bin. Da sind auch schon mal eine Füße dran, damit man das auch mal richtig so sieht. Da sind sogar Segelschiffe, Boote unterwegs. Jachten fahren bestimmt auch hier her. Die Meisterschiffe sind auf jeden Fall die benachbarten Städte da rechts. Die Meisterschiffe sind auf jeden Fall. Aber ohnehin nicht. Das hört dann in San Jose. Das hört dann in San Jose. Ja. Das hört dann in San Jose. Da ich jetzt aber, wie ihr seht, ein Handy dabei habe. Hier bei der Kamera. Jetzt werde ich euch auch fehlen, auf jeden Fall auch noch auf einmal am Abend sogar aufnehmen. Das nehme ich doch mal auf dem Abend, in der Abendversion auf. Auf jeden Fall schon mit der Zeit, nicht erst wer das überhaupt macht. Ich möchte euch jedenfalls das Wasser mal zurückfließen. Das ist so gewesen, als von den Meeren jetzt hier, von den Mitteln. Hier in Chalea. Ich glaube, mir hat das Video mal gefallen. Ich habe das jetzt mal aufgenommen, um euch das Geräusch mal zu zeigen. Wenn ihr euch das Video gefallen habt, dann auch Daumen runter. Lasst gerne auf meinem Kanal ein Abo da. Ein paar positive oder negative Comments unter das Video. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video kommt, dann empfehle ich euch, die Alarmsorchestra zu tun. Dann seht ihr mal sofort, wann das nächste Video kommt. Hallo. Ich habe ein Geset von euch. Ich sage, haut rein und zum nächsten Video, wie wir uns zeigen. Das Video. Dieses Video gibt es doch auch in der Abendversorgung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. SMA